Warum nicht? Ganz einfach, weil sie nicht bereit gehen, Risiken einzugehen, obwohl wir schon als Kinder eigentlich lernen, no risk, no fun. Das ist einfach so, wenn du nicht bereit bist, auch mal was zu tun, was am Ende vielleicht schief gehen könnte, dann wirst du nicht besondere Nervenkitzel erleben, besondere Freude erleben, besondere Dinge erleben, besonders große Ergebnisse erreichen. Wer finanziell frei werden möchte, der muss sich irgendwann selbstständig machen, das ist so, wirst du immer unter deinen Möglichkeiten bleiben, du wirst immer unter der Oberfläche des Wassers bleiben, du wirst niemals den Durchbruch erlangen, an die Oberfläche kommen, das Licht sehen und sehen, was wirklich für dich möglich wäre.